Moin Moin und guten Tag und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie zu einer 10 Minuten Social Media Strategie gelangen. Doch erst einmal die Frage, warum ist Social Media Marketing auch für Sie so wichtig? Kennen Sie Lady Gaga? Eine der berühmtesten Popstars der heutigen Zeit. Trotzdem ist sie auf Facebook und zwar führend von allen Fans mit 61 Millionen. Sie postet regelmäßig bei Facebook, bekommt dafür fast 190.000 Likes oder 3.700 Kommentare. Bei Twitter ist Katy Perry die Chefin mit über 49 Millionen Followern. Wenn diese berühmten Persönlichkeiten Facebook und Twitter nutzen, wo man meinen sollte, die hätten das gar nicht nötig, warum nicht auch Sie? Natürlich bringt auch diesen Promis Facebook und Twitter noch zusätzlichen Gewinn. Und auch der Regierungssprecher oder der Klitschko-Brüder sind bei Twitter. Und die Frau mit den Größten, na das sehen Sie selber. Sie sollten in den sozialen Netzwerken sein, weil die Deutschen insgesamt 2 Stunden täglich im Internet sind heutzutage und davon fast ein Viertel der Zeit in den sozialen Netzwerken. Das heißt, Sie verbringen täglich mehr als eine halbe Stunde auf Facebook, Google+, Xing oder Twitter. Wenn dort Ihre Kunden sind, warum sind Sie nicht da? Im Video 1 habe ich Ihnen die 5 größten Fehler gezeigt, die Sie im Social Media Marketing machen können. Im Video 2 die 5 wichtigsten Automatisierungswerkzeuge vorgestellt. Und im Video 3 die ersten 5 Schritte, die Sie unternehmen sollten. Was für einen Nutzen hätte es die Social Media Marketing Schulung. Dort zeige ich Ihnen eben ganz genau, Schritt für Schritt, wie Sie mehr Besucher, mehr Traffic auf Ihre Zielseite bekommen. Wie Sie einen Besuchertrichter aufbauen. Ganz viele Besucher über die sozialen Netzwerke auf Ihre Internetseite lenken. Zum Aufbau habe ich jetzt mal einen Monat angesetzt. Je nachdem, wie schnell Sie sind, kann es auch schneller gehen. Damit Sie auch Aufmerksamkeit erzeugen, damit Sie gefunden werden, damit Sie Präsenz zeigen. Hier bin ich. Hinterlassen Sie Ihre Fußspuren auf den sozialen Netzwerken. In dem Kommentar hat jemand geschrieben, wer im Internet nicht aufgefunden wird, existiert nicht. So ist das heutzutage. Und Sie sollen nicht irgendwie nur gefunden werden, sondern Sie sollen präsent sein. Sie sollen wie eine Riesenleuchtreklame hier auf dem Times Square sein. Die Schulung hilft Ihnen dabei, den großen Zeitaufwand zu minimieren. Sie müssen nicht alles selber entdecken, alles selber raussuchen. Und ich gebe Ihnen eine ganz klare Strategie vor, sodass der Nutzen auch deutlich wird. Und wenn Sie das eingerichtet haben, dann nutzen Sie Social Media eben, um Ihre Bekanntheit zu steigern. Um neue Kunden zu gewinnen, um die Beziehung zu bestehenden Kunden zu pflegen, um Ihr Image, das Image Ihrer Firma besser darzustellen und um Beziehungspflege mit Multiplikatoren mit Menschen, die Sie empfehlen. Und da kommt es vielleicht dazu, dass Sie auf Platz 55.000 weltweit von ungefähr 250 Millionen Internetseiten landen. Und ganz ohne CEO-Maßnahmen mit 143 Backlinks. Oder dass Sie plötzlich eine halbe Million Besucher auf Ihrem Blog haben. Für wen ist diese Social Media Master Schulung denn jetzt sinnvoll? Für alle Gewerbetreibenden, für alle, die eine Internetseite haben, für alle, die im Internet irgendwas verkaufen wollen oder Kunden haben wollen. Das können Selbstständige sein, das können Handwerker sein, das können Nebenberuflich Tätige sein, das können Networker sein, Coaches, Speaker, Dienstleister. Allejenigen, die irgendwie über das Internet neue Besucher, neue Kunden haben möchten, die sollten Social Media Marketing nutzen. Und selbst die, die schon vielleicht ein Facebook-Profil haben oder ein Xing-Profil, was so armselig aussieht wie hier, auch denen täte mein Kurs sicherlich nicht schlecht. Für wen die Schulung nicht geeignet ist? Für alle, die im Social Media Marketing schon perfekt organisiert sind, die ihre Seiten angelegt haben, die ein tolles Hintergrundbild haben, die täglich kommunizieren, die das vernetzt haben. Es ist eine Anfängerschulung. Und für alle diejenigen, die sowieso alles besser wissen, die alles besser können, die es einfach nicht wollen oder auch die momentan keine Zeit dafür haben. Wer steht hinter dem Projekt? Das ist einmal Jens Hübner, der viel Erfahrung hat mit seinem Social Media Grafik Club, mit seinem Google Plus Buch und seinem Facebook Buch und seinem E-Book Box Master. Dann der Vollblutunternehmer Robert Nabenhauer, der uns hilfreich zur Seite gestanden hat. Hauptsächlich über Xing, aber auch Pre-Sales Marketing. Wie bekommt man Kunden über das Internet? Und natürlich meine Wenigkeit mit der Twitter-Erfolgsschulung, der rote Faden im Internet Marketing, der Social Media Challenge, MyFreeTraffic und MyFreeFan. Bestehende Kunden mögen uns, vertrauen uns und sind begeistert. Mit dem Grafik Club wird das Leben einfacher. Kein langes Suchen mehr. Mit Twitter-Erfolg und der rote Faden bekommt man den Durchblick. Und wenn man eine Frage ist, haben wir einen tollen Support, der auch wirklich weiterhilft. Was sind jetzt die Inhalte der Videos? Wie gesagt, es sind Einsteigerschulungen. Es gibt Checklisten, es gibt ein E-Book und vor allen Dingen gibt es Schritt-für-Schritt-Videos. In dem Silber-Member-Bereich erhalten Sie Zugang zu allen Videos und können das in der Geschwindigkeit abarbeiten, wie Sie das gerne möchten. Sie erhalten Videos zu der Vorbereitung, zu Ihrer Zielseite, Google+, Facebook, Twitter, Blog und verschiedenen Tools, zur Vernetzung, zur Automatisierung, zu weiteren Netzwerken, Fragen und Antworten und was Sie dann am Endeffekt unter To-Do noch machen müssen. Zu jedem Punkt gibt es wieder Unterpunkte und dazu drei bis fünf Videos von sieben bis zehn Minuten Dauer. Schritt für Schritt auf der einen Tab läuft das Video, Sie drücken auf Pause und auf dem nächsten Tab machen Sie einfach das nach, was Sie vorher gesehen haben. Die Videos sind groß genug, sodass Sie auch wirklich alles erkennen und am Ende einer jeden Schulung finden Sie noch die Links dazu, die Sie brauchen oder auch weiterführende Links zu anderen Programmen, die ähnliches leisten, die jetzt im Video nicht vorgestellt werden wurden, die Ihnen vielleicht besser gefallen und die Sie auch nutzen können. Der große Vorteil der Webinare ist eben, dass Sie einmal die Woche gemeinsam mit anderen Ihren Fortschritt überprüfen können. Es werden noch weitere zusätzliche Informationen geliefert. Sie sehen noch einmal genau, wie es gemacht werden soll. Es werden Beispiele vorgestellt, wie es richtig ist und wie es falsch ist. Sie können live vor Ort Fragen stellen und Sie haben einen zeitlichen Rahmen von einer Woche, bestimmten Punkte abzuarbeiten. Das fällt vielleicht dem einen oder anderen deutlich leichter bei der Umsetzung. Bis zum 6. Februar können Sie die Webinare immer noch nachbuchen. Gerade auf den Live-Webinaren haben mich viele als Experten kennengelernt. Der Nutzen, der Done-for-You-Service, der liegt natürlich auf der Hand. Sie müssen gar nichts machen. Wir machen das für Sie. Wir erstellen für Sie fünf Social-Media-Profile, die Sie hier auswählen können. Entweder ein Twitter-Profil, Facebook, Facebook-Fan-Seite, Facebook-App, Google+, Xing, Pinterest, YouTube-Kanal oder ein Blogger-Blog. In persönlicher Absprache, genau nach Ihren Vorgaben. Und danach zeige ich Ihnen mit Screensharing, Schritt für Schritt, genau das, was Sie da noch umsetzen müssen, im 1-zu-1-Gespräch. Auch diese Schulung können Sie jederzeit nachbuchen, beziehungsweise diese Dienstleistung. Und natürlich gibt es noch etwas dazu. Sie bekommen Vorlagen für alle verschiedenen Seiten, die Sie eventuell erstellen wollen. Für eine Squeeze-Page, für eine Opt-in-Seite, für eine Verkaufsseite. Sie bekommen einen sofort einsetzbaren, aktuellen Autoresponder, wenn Sie noch keinen haben. Und Sie bekommen einen Opt-in-Generator mit fünf Klicks, haben Sie eine super Seite erstellt. Und Sie erhalten alle meine anderen Produkte. Die komplette Twitter-Folg-Schulung mit weiteren Videos, die Schulung der rote Faden im Internet-Marketing, die Videos aus der Social Media Challenge und als Webinar-Besucher auch mein programmiertes Programm bei Free Traffic. Und wer hilft Ihnen jetzt, wenn Sie nicht weiterkommen? Für alle Mitglieder haben wir einen gemeinsamen Skype-Gruppen-Chat für die Social Media Master. Die Webinar-Teilnehmer dürfen mich persönlich bei Skype fragen oder per E-Mail oder per Telefon. Und die Dienstleistungskunden, denen zeige ich sowieso einzeln, wie das ganze System umzusetzen ist. Es kommen keine zusätzlichen Kosten auf Sie zu. Ich stelle Ihnen hauptsächlich kostenlose Programme vor. Das Upgrade ist nicht notwendig zum Funktionieren unserer Strategie. Und Sie können auch daran teilnehmen, wenn Sie keine eigene Seite haben, denn Sie können sich entweder ein PLR-Produkt kaufen und das bewerben oder im Affiliate-Marketing einfach die Seite von jemandem bewerben, wo Sie dann Provisionen dran verdienen. Auch dafür ist natürlich ein Social-Media-Trichter sehr sinnvoll. Und jetzt machen Sie es oder lassen Sie es, kein Rumprobieren, denn der Unterschied liegt im Tun und nicht im Wissen. Und wenn wir dann gemeinsam mit Ihnen zusammen Ihren Traffic-Trichter aufgebaut haben, dass die Besucher aus den sozialen Netzwerken auf Ihre Opt-in-Seite, auf Ihre Verkaufsseite oder auf Ihre Internetseite kommen, wenn Sie zu den 5% gehören, die etwas zu sagen haben auf Facebook und auf Twitter und nicht einfach nur passiv sich berieseln lassen, wenn Sie die KMVK-Formel verinnerlicht haben und umgesetzt haben, dann brauchen Sie nur noch 10 Minuten täglich, um die wichtigsten To-Dos abzuarbeiten, wöchentlich vielleicht einen Blog-Beitrag schreiben oder eine Newsletter schreiben und monatlich vielleicht in die Programme reinschauen, die Sie für nicht so wichtig erachten. Denn letztendlich müssen Sie nicht jede Feinheit von jedem Social-Media-Programm genau verstehen, Sie müssen es nur effektiv und effizient einsetzen. Und wenn Sie nicht schon berühmt sind, dann sollten Sie anfangen, sich über Twitter und Facebook bekannt zu machen. Wenn Sie es nicht machen, macht es nächste Woche Ihr Mitbewerber. Denn es gibt wirklich Wichtigeres im Leben als Facebook, Twitter und Co. Schließlich steht der Mensch im Mittelpunkt, sei es Ihr Kunde, Ihr oder Ihre Familie, Bekannte oder Freunde. Und die Technik muss Ihnen helfen, das umzusetzen, was Sie wollen, mit möglichst viel Automatik, das trotzdem möglichst viel Zeit für die wichtigen Menschen in Ihrem Leben bleibt. Und jetzt entscheiden Sie sich für das Programm, was für Sie das Richtige ist. Silber, Gold oder Platin. Wir sehen uns im Member-Bereich. Viel Spaß, viel Erfolg und bis dann. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020